Die Sims haben einen relativ großen Merch-Store, in dem es einige echte Artikel wie T-Shirts, Tassen und vieles mehr zu kaufen gibt. In diesem Video möchte ich euch diesen genauer vorstellen und mir hier ebenfalls ein paar Sachen aussuchen. Ich bin jetzt auch schon direkt auf der Seite, das ist die offizielle Website und die ist jetzt schon seit eigentlich sogar ein paar Jahren online. Es gab immer mal wieder neue Motive, neue Sachen, die man sich holen konnte. Ich glaube zum Beispiel, dieses Motiv hier ist neu. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal durch. Teilweise sind wirklich richtig krasse Sachen dabei. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, man kann sich hier sogar ein Skateboard-Deck besorgen. Also für Leute, die gerne Skateboard fahren, gibt es hier auf jeden Fall auch was. Mega cool, also ich meine, wenn ich es könnte, hätte ich mir das vielleicht sogar geholt. Aber ich bin mir jetzt noch gar nicht so ganz sicher, was ich überhaupt will. Auf jeden Fall ein T-Shirt. Ich habe halt schon genügend Taschen. So eine Tasche wäre eigentlich auch cool. Die gefällt mir jetzt vielleicht nicht so gut. Aber zum Beispiel da unten war eine, die mit dem Lama finde ich eigentlich witzig. Aber so von den T-Shirts, das ist schwierig. Eigentlich habe ich mir erst mal das überlegt. Das habe ich nämlich schon letztens auf der Seite gesehen. Ich glaube, würde ich jemanden damit in der Stadt sehen, fände ich das wirklich ziemlich cool. Aber so, ich glaube persönlich, wäre mir ein bisschen zu krass. Würde ich jetzt nicht anziehen, aber eigentlich ist es echt cool. Und 42 Dollar sind dann doch auch ein bisschen viel. Ich bin gerade fast am Überlegen, mir dieses Motiv hier zu holen, weil ich das eigentlich echt ganz cool finde. Und ich glaube, Leute, die Sims nicht spielen, wissen auf jeden Fall nicht, was es damit auf sich hat. Aber Leute, die dann doch die Sims mögen und auch die Sims 4 spielen und auch die Packs kennen, die werden das doch, glaube ich, ganz cool finden. Jetzt seht ihr ja sogar noch hier meine Größe, die ich auswähle. Oh, da habe ich mich wohl verklickt. Mann, ich muss sagen, diese Tasse hier ist auch echt cool. Let's hu hu, ist witzig. Aber das Problem ist, ich habe schon so viele Tassen, ich weiß gar nicht mehr. Da müsste ich schon aus zwei Tassen gleichzeitig trinken, damit sich das lohnen würde. Es gibt die hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen größer. Ah, aber nee. Ansonsten gibt es ja auch so lustige Sticker. Ein simlisches Kompliment für sieben Dollar. Ist jetzt gerade auch nicht so mein Favorit. Ich schaue nochmal. Das sind hier so Foxbury T-Shirts, auch extrem cool. Dann haben wir alle möglichen Logos mit die Sims 4. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie so ein bisschen zu langweilig. Die Sims haben wir hier. Wir haben so ein gemaltes Lama. Susu haben wir. Hier für den Hintergrund an der Wand wäre es doch eigentlich sogar ganz cool, sich da so ein Sims-Plakat hinzuhängen. Ich bin gerade doch recht am überlegen. Es gibt hier sogar so richtige feste Drucke. Also nicht nur auf Papier, sondern hier richtig groß. Aber da gefallen mir die Motive nicht so. Ist mir irgendwie alles zu blumig, muss ich zugeben. Nee, aber hier so diese Feinlinien-Drucke. Da habe ich eigentlich das hier gerade im Kopf. Das war hier ja auch so ein Trailer von Die Sims 4 ganz am Anfang. Ehrlich gesagt finde ich das doch extrem cool. Und an der Tür wird sich das doch eigentlich ganz gut machen. Das sind in der Breite umgerechnet ungefähr 30 Zentimeter. Ich glaube, das würde bei mir an die Wand passen. Ich habe gerade auch nochmal ausgemessen. Ich glaube, an Merch ist ja auch T-Shirt und vielleicht auch so ein Poster doch so ein relativer Klassiker. Also haben wir das jetzt schon mal abgehakt. Aber ansonsten, ich muss jetzt glaube ich nochmal durch die einzelnen Kategorien gucken, die es so gibt. Es gibt hier ja auch richtige Handyhüllen, die man sich theoretisch holen könnte. Boah. Okay, die Sims hier sind eigentlich echt ganz witzig. Das sind die Sims aus den verschiedenen Erweiterungen. Da erkenne ich direkt die aus Zeit für Freunde. Da ist oben links aus Elternfreuden, aus an die Arbeit, unten in der Mitte so Strangerville. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe immer so transparente Hüllen. Das kann ich jetzt gerade schlecht zeigen. Aber ehrlich gesagt, wäre die schon irgendwie cool. Nee, iPhone 7 ist falsch. Galaxy S7 ist richtig. Irgendwie. Ich finde, hier auf diesem Produktbild sieht es relativ billig aus. Ich füge die jetzt einfach mal hinzu. Wenn es irgendwie blöd ist, kann ich sie ja später auch noch wieder rausnehmen. Ganz ehrlich, ich glaube in dem Store könnte man sich hier richtig verschulden. Aber ich meine, es gibt hier noch so coole Taschen. Brauche ich eigentlich nicht nehmen. Ansonsten, ja, bei Accessoires gibt es vielleicht noch Sachen, die ich noch am ehesten haben will. Es gibt einen, nein, einen Sims-Button, den finde ich ja ganz schrecklich. Es gibt sogar Sims-Wäschesäcke auf der Seite. Also, falls ihr euch so allgemein für dieses Merch-Ding interessiert, solltet ihr auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung vorbeigucken. Da habe ich alles nochmal verlinkt. Notizbücher. Wie viel kosten die denn? Hier mit so einem Plummob drauf. Eigentlich auch richtig cool. Ich weiß nicht so ganz. Das ist ja eigentlich ein cooles Motiv. Wisst ihr was? Ich füge das jetzt auch nochmal einfach hinzu. Gucken wir nochmal weiter. Was gibt es denn noch? Was könnten wir uns denn nochmal angucken? Also, so Handtücher zu den Sims gibt es auch. Da würde ich eigentlich schon fast dazu tendieren. Aber ich bin mir gerade auch nicht so ganz sicher. Man könnte sich ja auch noch so einen Pulli holen, aber ich mag Pullis gar nicht so arg. Ich habe dann doch lieber so Pullijacken quasi an. Hm, nee. Aber, ja, die Motive, ich muss sagen, hier so Inselparadies mäßig bezogen. Dann haben wir hier Jahreszeiten bezogen quasi. Hier aus Outdoor leben was. Wieder aus Jahreszeiten. Also, ich finde, die Motive sind schon alle recht cool. Das hier ist doch auch so ein Motiv, was man sich auf jeden Fall holen könnte. Ach, wenn ich jetzt gerade in den Warenkorb reingucke, sind wir aktuell bei 100 Euro. Das ist schon ganz schön viel. Ah, das will ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ausgeben. Eigentlich, ich glaube, die Handyhülle werde ich sowieso nicht benutzen. Und die ist auch recht teuer. Machen wir die mal raus. Dann sind wir bei 88 Dollar. Aber ich glaube, bevor ich jetzt noch mehr Sachen da in meinen Warenkorb pack, gehen wir doch mal lieber zum Bezahlen über. Ah, das ist jetzt schon ganz schön teuer. Aber ich glaube, das sind doch so ein paar Sachen. Da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Ich freue mich, glaube ich, besonders auf das Plakat. Der Notizblock ist ganz cool. Das T-Shirt... Ja, doch, auch das Handtuch und das T-Shirt auch. Wenn dann die Sachen wirklich da sind, mache ich dann natürlich nochmal ein zweites Video und zeige euch das so ein bisschen. Ich freue mich doch jetzt auch schon. Es wird wahrscheinlich, glaube ich, wenn das aus den USA kommt, wird der Versand relativ lange dauern. Aber ich halte euch da auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch vielleicht jetzt auch irgendwie Sims-Merch holt. Das würde mich doch auch mal interessieren. Oder ob ich jetzt hier komplett übertrieben habe. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal.